Aber mit maximalem Datenschutz. Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer Sie sind. Aber sie kann Sie begleiten, damit Sie sich und Ihre Mitmenschen besser schützen können. Die Corona-App hilft dabei, Infektionsketten nachzuvollziehen und unterbrechen zu können. Dabei erfüllt die App höchste Ansprüche an Datenschutz, Datensicherheit und Transparenz. Sie ist ein wichtiger Baustein zum Eigenschutz und damit zur Bekämpfung des Coronavirus. Es ist aber wichtig, dass wir trotzdem weiter auf Hygiene- und Abstandsregeln achten. Und dort, wo wir den Abstand nicht einhalten können, Alltagsmasken tragen. Ich mache mit und hoffe natürlich, dass möglichst viele von Ihnen auch mitmachen. Denn je mehr es sind, desto wirksamer kann die App bei der Eindämmung des Virus helfen.